JAAA! 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 Hi! Danke! Jawohl, wir machen Taschen-Control und Body-Check. Ja. Hallo, Nark. Hallo. Bruder. Bruder. Servus. Hallo. Bruder. Aron, was sagst du, ein neues Stuttgart-Mix-Zone? Das ist brutal. Letztes Jahr war es noch Baustellen, das war echt schnell weg, aber das ist sehr fett. Ihr habt es schon gemerkt, liebe Leute, wir sind ein bisschen spät dran gewesen, deswegen jetzt erst der richtige Anfang an den Vlog. Es geht in den zweiten Bundesliga-Spieltag und wir betreten jetzt ja auch mal die MHC-Arena. Gerade sind die Spieler aufs Feld gekommen, wir gucken uns das mal an. Da hinten sieht man es so leicht durchschimmernd, dass im letzten Jahr auch ein bisschen viral gegangen ist. Jetzt ist ja hier ein paar VIP-Gäste direkt neben der Mixung und können uns hier die ganze Zeit angucken. So ein bisschen, Aaron, hast du recht, ne? Wie sieht es aus wie die Zau? Züke. Guten Tag, guten Tag. Wir befinden uns in der Mixed Zone, wo Jonny nach dem Spiel die Interviews führt. Kommt mit. Wo geht's denn? Da geht's. Oh. 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 Aaron ist da rechts lang. Wir wollen zum Essen. Wow. Wow. Aaron? Ja? Was sagst du? Ich hasse es beim Essen gefilmt zu werden. Mach die scheiß Kamera raus. Euşs haben die Kommentare vorgestellt, haben die conversation Six amateur smoin in especially aufs potet. War im Unterbruch mit dem Madri Надschlings. Gott wird sein! Er ist zu einer, theillä BY Froben! Zия uit Broly! Zia! 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 Einmal im letzten Start. Ja? Was? Quasi. Drei Ausfahrtsspiele wenn ich das hier höre und ich die Stimmen höre ja mais ja hier schon viel. Unser Fans, von den Füßen auf die Kopf gestellt wurden. Das Spiel in die Programme dazwischen macht es noch ein kleines Ding in Freitag. Das Spiel in Freitag, das Spiel in Freitag, das Spiel in Freitag. Tor! 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 Nein. Wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen, die zweite Halbzeit geht jeden Moment los. Erstmal war da wirklich, uiuiuiui. Erstmal 30 Minuten spielerisch gar nichts. Dann jetzt durch den Athleter haben wir noch eine Krankheit gehabt. Boah, aber echt kein Spiel von uns. Stuttgart hat schon verdient. 2,24 Uhr. Vielleicht schaffen wir uns ja eben doch irgendwie den Punkt jetzt zu retten. 10 Minuten, dann geht man auch noch mal. Dann geht man auch noch mal. Boah Junge! Geht auf! 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 Weizsä! Ach man! Komm Robben, hast du. Easy for all of them, easy. Weizsä! Ach man, hast du. Easy for all of them. 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 Let's go! Nix, nix! Let's go! Nix, nix! Nix! Bleib ab, ist gut! Bleib ab, bleib ab! Jawoll! Meurs! 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 Terap announcements! Teap決! Jungs, 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 Jungs! So, liebe Leute, ich stehe jetzt schon beim Interview bereit. Ich warte jetzt noch auf meine drei Interviewgäste, weil es relativ emotional und relativ schnell war. Aber jetzt müssten auch gleich Lai-Chi, Robin und ich glaube Johnny kommen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr geil. Das ist ein schön gerocktes Ding. Sehr ausgeglichenes Spiel, auch im Medienteam. Dankeschön. Schönes Wochenende noch.